Hi Leute, willkommen zu einer Folge von Paradins. Heute spielen wir mal mit Androxys. Den habe ich eigentlich, abgesehen von heute, glaube ich, nur in einem einzigen Spiel benutzt und das war auch ein furchtbar schlechtes Spiel. Deswegen habe ich den dann auch nur einmal benutzt. Ja. Also, jetzt spielen wir gerade gegen irgendwelche Gegner. Und ja, der Modus ist Offensive, beziehungsweise One Slow. Ja, ich bin hier halt ganz normal Androxys, also Flankierer. Wir haben allerdings keinen Tank, deswegen könnte das ganz ein bisschen schwerer werden. Aber ich wollte einfach unbedingt Androxys. Androxys ist aber auch, finde ich, eigentlich ein ganz geiler Champion. Oh. Okay, super. Die ist eliminiert. Also, ich habe eine 5er KD mit dem noch. Aber wenn man noch nicht gestorben ist, hat man noch... Aber am Anfang habe ich fast immer eine richtig kranke KD. Also meistens sogar eine kranke, das ist ja eine sehr gute. Also, ich meine, oftmals zumindest eine kranke. Okay, wenn da jetzt irgendjemand kommt, dann... ...bin ich... ...noch mal weiter mit den Kills. Also, ja... ...den habe ich schon ziemlich gut aufeinander genommen. Das muss man einfach so sagen. Mein Kill! Haha. Autschi. Oh, oh, oh. Bitte, bitte! Nein! Nein! Tot! Oh, schade. Okay, glaube ich, schauen wir nochmal drauf. Level 2. Naja. Ich meine, eine 12er KD... ...kann man sich ja noch eigentlich ganz gut geben... ...ohne dabei zu kotzen. So, ja. Oh, nö, ey. Ey, sowas meine ich halt... Also, eigentlich... ...habe ich am Anfang immer so eine total kranke KD. Aber dann wird sie auf einmal total scheiße. Also, das ist halt echt schlimm. Aber, ich meine... ...ja, eine 6,5er KD ist jetzt nicht mehr so geil, finde ich. Ich meine, die sind in Ordnung, aber... ...die wird sich wahrscheinlich auch noch verschlechtern. Also, wenn ich am Ende eine 6,5er KD habe, das ist super. Aber ich habe am Anfang fast immer bessere KDs als später. Ja, ich wollte ihn einfach nur von seinem Pferd unterschießen. Sollte ich jetzt einfach machen, um Schaden... ...auszuweichen. Fuck. Okay. Ach, nö, okay, schade. Ich glaube, ich level mal Kronos mit ein bisschen auf. Ich meine, den kann ich mir... ...und ich will weiterholen. Komm schon. Super. So. Dann gehe ich einfach mal ein bisschen... ...weiter. Ja, der, der, der Victor, ähm... ...dor ist echt scheiße, so die Gegnerische. Wir haben ja keinen... ...alle Helden, die man mit... ...alle Champions, die wir haben, die man irgendwie mit dem Vergleich... ...mit dem Vergleich könnte sind, äh... ...ja, ähm... ...ja, wir haben ja eigentlich... ...naja, also... ...eigentlich so richtig nur Tyra. Ein bisschen... ...würde ich sagen, ich und Kinesa und Strix noch. Aber, naja, ich auch. Ich eigentlich nicht mehr mehr, wirklich. Ah lol, das ist ein Legs. Das hat mich halt irgendwie total verwundert. Super, aber das läuft doch eigentlich schon wieder ganz gut. Hm. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Holy. Ja, hätte ich jetzt mal eine Ulti gehabt, hätte ich, glaube ich, alles komplett ausgeräumt. Aber jo, jetzt haben wir schon mal gewonnen. Ich fand die Hunde bis jetzt eigentlich extrem geil. Äh, ja. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn nicht, würde ich mich trotzdem über eine positive Bewertung freuen. Und ja, ich würde sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.